Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das waren vier, fünf Leute und denen habe ich dann versprochen, dass ich das für mich behalte. Vier oder fünf? Helmut Kohl wirkte damals auffällig ungenau. Helmut Kohls Darstellung hat Wolfgang Schäuble schon sehr früh angezweifelt. Aber erst im Jahr 2015 präsentiert der langjährige Vertraute von Helmut Kohl seine Version der Geschichte. Wer waren die Spender von Helmut Kohl? Es gibt keine. Wieso? Weil es aus der Zeit von Flick schwarze Kassen gab. Schwarze Kassen? Flick? Es gibt Dokumente, die den Aufstieg und die Kanzlerschaft von Helmut Kohl in einem anderen Licht erscheinen lassen. Für diesen Film liest ein Schauspieler aus diesen Dokumenten, etwa Briefe und Aktenvermerke, vor. Viele von ihnen wurden von Staatsanwälten sichergestellt. Wir haben ihm allen Dreck und Scheißkram vom Halse gehalten. Wir haben ihn aus jedem Feuer herausgeholt. Ich habe für ihn gelogen, damit er Kanzler bleiben konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017